Jetzt mache ich den Teig für Nussspritze weg. Da kommt dann Hartmehl und Hartnüsse rein. Da kommt kein Backpulver rein. Die Nüsse dazu. Es ist so schwer geworden, dass ich den besser auf den Tisch tue und mit den Händen bewältige. Ist ja auch schon sehr viel für eine große Familie. Hier. Das ist immer so mit der Hand holen. Der ist richtig schwer. Das ist schon gut, wenn man eine große Hand hat. Der ist aber auch schön. Dann werden die Plätze auch besser. Wenn der so trocken ist, dann brechen die. Die müssen rauskommen. So lange wie ihr es geht. Jetzt müssen wir mal gucken. Nach Salsen. Wir müssen schnell gehen. Oh, 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 oh. Die sind schneller geworden. Die sind nicht so dick. Guck mal, ob unten die nicht schwarz werden. Dann wollen wir cope counten. Untertitelung. BR 2018